Okay, Genosse, hier ran, gehen wir! Viel Glück, Genosse! Genosse! Ich war die Böse! Wir sind gestorben! Wahrscheinlich! Eure ganze Armee ist verweichlicht! Hey, Paris! Wenn du mit den Kämpfern fertig bist, schick mir den jetzt von Israel! Du kannst deinen Asylabendien! Sowjetische Truppe bei dem Güterwagen! Rötet die Kommunisten! Sanitäter! Genossen der Sowjetunion! Es besteht kein Grund für weitere Sündung! Urlauben! Na, bei mir bleiben! Ich bin direkt dahinter! Vetter! Leer gesorgt! Wie erbärmlich! Wir müssen die Heilung von Schawee geschickt haben! Okay, ich komme mit! Hier ist ein Angranate-Kommunistenschwein! Wie erbärmlich! Aber bin ich iba für sage. Eins gesróds von Schawe will den greathire Vropåten! Wir müssen einen ChiumUP erwärmen. Eure noch was nghi spinalisieren wollen? Och, welche Aufgaben von Schawee geschgliere? UNTERTITELUNG Was ist das? Genossen der großen Sowjetunion, wir haben nichts gegen die russischen Soldaten. Wir kämpfen gegen eure Anführer, die euch hinschlagen. Deutsche Gruppen, oben, in der... Die erschießen euch. Die Deutschland, der NG-42, oben, in erster Stock. Die Mammut, schnell, Weckung Gebbels, muss nachladen. Da ist eine NG-42, oben, in erster Stock. Die Deutschen, oben, in erster Stock. Sicher das Plangebäude, Genossen. Die Deutschen, los, in erster Stock. Ihr seid müde, gehen Sie los. Denkung, gehen Sie in Denkung. Feindlich in Wattery, oben, in erster Stock. Sie sind extra dem Weichenstück gekommen, auf jeden Stelle. Deutsche Generäte, los, weg. Seid sich, abgeschossen. Na los, schaltet sie aus. Russische Anwärte, oben, in erster Stock. Bein Blick in Wattery, im Erdgeschossen. Tötet die Feinde. Auf Entdeckung beim Nachladen. In Erdgeschossen. Sascha, in Deckung gehen. Los, Bein Blick in Wattery. Auf der linken Seite. Wegen, auf der linken Seite. Der Bein, ab Körnerfenster. Rechts in Wattery. Die Deutschen im Bahnhof! Feuer in der Stadt! Vorsicht! Erdgeschoss! Achtung! Granate hintergehoben! Hilfe! Er wurde getroffen! Germanisten, russische Granate oben im ersten Stock! Feindliche Infansion! Gehen Sie den... Wir werden gegen Angriff aufgenossen! Um jeden Preis! Wir werden diese Position nicht noch einmal verlieren! Feindliche Infanterie! Bei dem Güterwagen da drüben! Feindliche Infanterie! Südöstlich von uns! Kommunisten! LKWs! Feindliche Infanterie! In der Nähe der LKWs! Auf unserer linken Flanke! Feuer! Geh! Seh! Geh! Geh! Feindliche Infanterie! Südöstlich von uns! Die Steinschäden! Die Steinschäden! Beide uns absenken da! Sehtet die Feinde! Sehtet! Sehtet! Geh! 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 Granate! Geh! 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 Da ist ein MG 42! Wir müssen uns in der Nähe nicht! Geh! 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 Feindliche Infanterie! Geh! 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 Schienabwehr, MG 42! Weg damit! Köppi! Wagner! Geht los! Feindlich Infanterie! In der Nähe der Fahrtenschiene! Südlich von uns! Feindlich Infanterie! Geht röstlich von uns! Granate! Weg da! Granate! Granate! Feindlich Infanterie! Geht röstlich von uns! Feindlich Infanterie! Feindlich Infanterie! Geist röstlich! Deckt auf! Panzer in Südwesten! Feindlich Infanterie! Oben in Südwesten! Vassili, schalten Sie den Panzer in Südwesten mit Ihren Haftbumpeln aus! Vorsicht, feindliche Granate! Die deutsche Fahrer ist nicht die Westen! Los! Feindlich ihn, Vassili! Am Körfenster! Die deutsche Fahrer ist nicht die Westen! Granate, weg da! Intermehr die Bankschule! Quiet! Köhler! Kapit! 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 Eine Granate! Kommt sofort! Die deutschen? In der Nähe des Tieflads! Neęt was nicht von uns! Passte Zeit!! Feindliche Infanterie! In der Nähe der Warnschiene! Südöstlich von uns! Bereichen die Inverschuldung! Los! Deutsches Versorgungslager! Durch die Kiste! Mit den Kisten! Verlade aus! Besser von uns als ich! Deutsche! Da ist dein U! G42! In der Fabrik! Reimann! Rütteln! Ist das so? Und der Russisch ist der Stilber! Ein Schrauben! Aus! Noch eine Stellung erstlich des Bahngeburdes. Schaltet sie aus! Feindliche Infanterie! Oben im ersten Stopp! Feindliche sind G-Masten! Aufschreiten! Oben im ersten Stopp! Deutschen Armee! Maschinengewehr! MG 42! Kiebel den Stuntrecken! Östlich von uns! Kiebel den Stuntrecken! 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 Oben, im ersten Stock! Feuer eröffnen! Mist, ich muss noch mal! Oben, im ersten Stock! Feuer auf die Truppen konzentrieren! Gefreiter, gehen Sie in Deckung! Besser du als ich, Batscher! 2, 3, 2, 1... Geh' die anderen, die anderen Strecke! Die Strecke sind nicht von oben! 5, 3, 2, 1... Ach, ja, schon mal! Deutsche! Nehmen wir den Landwirken! Südlich von uns! Besser gut gemacht, Genosche! Das sollte für Sie erstmal reichen. Ohne Frage kommen Sie in ein paar Stunden zurück. Lasst uns zum Bahngebäude zurückgehen. Los!